Miraculous Ladybug, nur im Disney Channel. Die Katze ist im Sack? Kataklysmus! Ich verstehe nicht, was Ladybug an dir findet. Ich hab nicht gedacht, dass du mir so leicht in die Falle gehst. Suchst du das hier? Welches soll ich nehmen? Lieber das oder lieber das? Ladybug, los, Beeilung. Ich hab den Betrüger in Theos Werkstatt gefasst. Ich bin in 30 Sekunden da. Komm nicht, Ladybug! Das ist eine Falle! Tja, zu spät. Ladybug ist schon unterwegs. Das war von Anfang an mein Plan. Du täuscht sie nicht. Sie kennt mich sehr gut. Ich kenn dich auch sehr gut. Von jetzt an wird sie mich lieben und nicht dich. Mich lieben? Natürlich. Du hast recht. Sie liebt mich. Deswegen wird sie auch rausfinden, wer du wirklich bist. Copycat, hör auf mit dem Smalltalk und bring mir Kat Noirs Miraculous! Ja? Da bist du ja! Kat Noir, er sieht echt genauso aus wie du. Aber ich bin ich! Wo ist sein Akuma? Natürlich in seinem Ring. Los, nimm ihn! Ladybug nimmt uns die ganze Arbeit ab. Das nenn ich Ironie. Er hat sogar dieselben Kräfte wie du. Wirklich unglaublich, oder? Wenn du nicht glaubst, dass ich Kat Noir bin, dann frag ihn nach unseren Gefühlen füreinander. Äh... Hab ich dich je angelogen, Pünktchen? Ich hoffe, du hast ihm nichts von uns erzählt. Was? Dass wir... Du weißt schon, wir uns was geschworen haben. Hm? Nein, natürlich nicht. Wir haben uns nie was geschworen. Copycat! Ich liebe dich, Ladybug, und ich bin viel besser als diese räudige Straßenkatze. Kann sein, aber Lügner sind Loser. Kat Noir nervt manchmal, aber er hat mich noch nie angelogen. Danke für das Kompliment, wenn's eins war. Tu es endlich, hol mir die Miraculous! Wenn du nicht mein sein willst, wird dich keiner kriegen. Kataklysmus! Gut, wie du willst. Glückbringer! Ein Löffel? Wozu brauche ich den denn? Exzellente Arbeit, Miladen. ENDE